Jolanda Neff! Jolanda Neff und Alessandra Keller, die beiden haben sich einen regelrechten Zweikampf geliefert. Zuerst war Jolanda vorn, dann hat Alessandra bei Rennerfi aufgeschlossen und auf der letzten Runde noch überholt und schon folgen die Gratulationen. Ja, und jetzt passt zum Helm, zu den Hosen, zum Trikot, noch ein Regenbogen, eine Zeichnung erhalten von einem jungen Fan. Für das habe ich auch immer Zeit, das so entgegenzunehmen. Jolanda Neff, gratulation zum zweiten Platz. Wie zufrieden bist du mit dem Silberrang heute? Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich wusste bis gestern gar nicht, ob ich überhaupt starte, weil ich letzte Woche einen recht schweren Sturz gehabt habe im Trainingslager, also auf den Oberschenkel. Und ja, letzte Woche in Italien am Rennen ist mir auch dementsprechend gar nicht gut gegangen. Und darum habe ich es bis gestern nicht gewusst. Ich bin sehr zufrieden, dass ich starten konnte. Und ja, die Alessandra ist super stark gefahren. Also Kompliment an sie, sie war echt stark. Und ja, ich bin ja sehr zufrieden, dass ich überhaupt wieder bis ins Ziel so fahren konnte. Und das ist auch's ... Kupfer coaliert. Vielen Dank.